Ja, einen wunderbaren guten Tag. Mein Name ist Lutz Ramlich und ich komme aus Berlin. Ich habe es also jetzt zum IMK dieses Jahr nicht so weit wie sonst. Und ich mache schon ein bisschen was in dem Thema, in dem Bereich Online-Marketing, aber man kann natürlich immer besser sein und wir haben einige Produkte. Ich versuche natürlich auch neue Sachen mir immer auszudenken, neue Produktideen und komme dann hierher und schätze vor allen Dingen das Netzwerken sehr. Ja, gerade vor, man kann sagen, wenigen Minuten, Sekunden förmlich habe ich eben zum Thema Buchfunnel beziehungsweise Buchproduzieren. Mit dem Thema beschäftige ich mich gerade. Ich schreibe ein Buch, nicht über Online-Marketing, sondern das Märchen von Positiven Stress wird es heißen. Dann habe ich hier jemanden kennengelernt, der ist da Spezialist in diesem Bereich und wir nutzen das dann für die Online-Vermarktung. Und deswegen sage ich dir, geh auch auf den IMK. Wenn du irgendwas damit zu tun hast, das muss gar nicht mit Online-Marketing zu tun haben, sondern insgesamt, wenn du dein Leben oder deine Produkte nach vorn bringen willst, IMK lohnt sich, glaube ich, immer. Ein guter Gedanke, ein gutes Gespräch reicht schon und alles hat sich bewehrt. Danke. Danke.